das blöde ist hier in einem dungeon verdreckt man natürlich auch relativ flott ist definitiv problematisch ach du scheiße mal lass mal gucken was hier noch alles rum hängt okay das ist nachdem ich ein quicksave aus dem spiel heraus lade okay gut weiß bescheid äh lololol tja trotz allem trotz allem das wird das ganz schön schwierig so also das fort liegt ein bisschen außerhalb unserer reichweite leider okay macht aber nichts ich würde folgendes vorschlagen lea win mal wieder und wir beschäftigen uns mit wir suchen andere aufträge andere einträgliche geschäfte die vielleicht noch ein bisschen geld und erfahrung irgendwie bereithalten und deswegen springen wir mal zum west gate ich habe schon wieder beute mitgebracht aus dem vor so das ist auch schon wieder nachts so hier ist nämlich noch ein job board da können uns diverse sachen angucken und zwar neros ring wurde gestohlen von einer gruppe banditen in blackwood da kommen wir gerade her divine shield of lightning in irgendeinem dungeon in der nähe der elsewhere grenze na danke das klingt alles und ein house for sale das brauchen wir im moment nicht so um die tageszeit werde ich vermutlich kein händler finden der da so sechs stunden schlaf sieben stunden ist auch okay die läden haben wir noch nicht sofort offen ja an skyrim ja aber dann halt ja das ist sehen wir wenn es so weit ist egal ähm so 7 52 und wie immer haben wir bei irgendjemandem bett übernachtet ich weiß es ist creepy aber es stört die leute halt nicht wahrscheinlich weil trist so klein ist kein platz wegnimmt nicht die decke klaut und so weiter und so fort ich finde der bogen steht ihm ganz gut auch wenn er eigentlich so überhaupt nicht der mensch für fall und bogen ist tja die frage ist nur was stattdessen ey der ausflug war von kurzer dauer so wir gehen mal hier in die mitte in den mittleren shop ich habe nichts gesagt ähm die dividing line da waren wir auch schon ein paar mal guten morgen die dividing line zwischen einem live hero und einem ja 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 kennen wir alles schon so ich hab hier was mitgebracht aber wenn es war i have a large selection of both im prinzip den hier vier goldstücke ey die machen mich an exzellent bargain so und weiterhin der ist 260 wert aber nicht wenn er kaputt ist scheiße ah das ist übel naja dann kann ich noch abgeben ich meine egal ein exzellent bargain tja super der rest ist mehr so ja trotzdem noch 233 gold immerhin so 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 hushöre tja 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 einen schönen tag noch so und wir gehen jetzt mal kurz beim haltschabschneider vorbei und schauen mal ob der irgendwie was sinnvolles hat für 233 gold guten morgen Wunderlass heißt er, genau. Was willst du? Schau dich um. Du findest bessere Preise in all Tamriel. Das ist mir vielleicht egal. Ich will es loswerden. Das ist alles Zeug von der Magier-Gilde. Das behalte ich. Ja, das behalte ich. Das heißt, du hast nichts für mich. So, ähm. Andersrum. Tiny Backpack. Wäre vielleicht nicht schlecht für zukünftige Thief-Teddy-Bär. Also Small Backpack bin ich zu geizig, aber Tiny Backpack. Das behauptest du. Auf Wiedersehen. So. Tja. So. So. tja wir können trotzdem nicht wahnsinnig viel machen außer tatsächlich die umgebung weiter zu erkunden da wir das schon relativ ausgiebig gemacht haben würde ich sagen minen, höhlen, vereinzelte banditen wird schon was einfallen tja das leben ist hart in layowin so quick save einmal den durchgestellt zum glück nichts eingefangen nee das war eigentlich nicht gedacht ich wollte ich das hier so das gab 1,69 erfahrungspunkte juhu so wie war das wertgegenstände ja so ich zögere jetzt gar nicht geht einfach zum nächsten ich zögere jetzt gar nicht weiter ich bewege mich jetzt richtung undertow cavern und legen uns vielleicht nicht gleich mit 15 leuten auf einmal an hallo guten tag guten tag neugrücken sie sagen dass wenn du jemanden mörderst du die dunkle bräufe kommt zu dir in deinem schlafen es ist wie sie ok interessant schönen tag noch was ich mich viel eher frage jetzt was habt ihr in der höhle gemacht total versaut hallo hallo aber die macht weniger schaden ja ach jetzt sehe ich mich gerade frage ist wieso regeneriere ich eigentlich ich regeneriere nicht sieht nur so aus ok ach 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 misschuk ach Oh! Oh! Okay. 162. Gibt deutlich mehr. Als. So. Broken Items. Steel Errors. Blopp. Alles nix. So, mal gucken, was diese Hülle irgendwie... Ich meine, ich war hier eigentlich schon drin, deswegen war ich ein bisschen, ähm, unachtsam, ja, mit dem Eindringen in diese Hülle. Alles ein bisschen schnell und zacki zacki, aber, ähm, dann scheint es die wie Reh, dann scheint es die neu besetzt worden hiermit. Population hat sich erholt und man sieht wahrscheinlich schon wieder überhaupt nix. Ich, äh, versuche das mal auszugleichen. Äh, das da. Oh Gott. Stimmt, das wollte ich ja auch noch ändern, weil das nervt mich so, dieses Minigame. Ähm, ich krieg's halt einfach, ich hab's zehnmal gelesen, die Erklärung dazu, wie sowas funktioniert, ja. Und ich krieg irgendwie die Methodik nicht auf die Kappe und ich weiß nicht ganz genau, warum das so ist. Ach so, da oben ist auch ein Stein, deswegen gibt's da nix. Äh, ich hab gerade ein bisschen die Orientierung verloren. Moment, nicht die große, die kleine reicht. Das heißt, okay, ich müsste, na gut, einfach weiter nach rechts. Uch, was ist denn da? Das sieht aber sehr, sehr seltsam aus. Okay, warum ist das denn so? Sieht das denn so seltsam aus, Manu? Was ist das denn so? Okay. Wenn ich die noch verliere, ey. Oh, das gibt's doch nicht. Haben wir noch Zeug? Äh, Restore Fatigue, Restore Health, meinetwegen Resistance Ease, Association, Renewal. Silver War X, her damit. Red Cape, her damit. Warn Chainmail Boots. Ah, die sind alle bei 100%. Eigentlich müsste ich ja noch eben, eigentlich müsste ich ja noch Zeug. So, diesmal haben wir ein bisschen mehr Glück, wie so aussieht. Ja, definitiv ein Black Bow. So, ähm. So, ähm. So, 1946, ich überlege gerade, wie ich's heute mache. Auf jeden Fall Quick Save, soviel ist klar. Und dann werden wir noch mal ein bisschen diese Höhle vorstoßen. Dahin ist gleich der nächste. Und dann. Da. Haben wir jemanden angelockt? Wie schön. Das war deutlich einfacher Trotzdem 164 EP So levelt man Wenn das so weiter geht Kann ich mich theoretisch sogar zurückziehen Um Sachen zu verkaufen Den nächsten Tag ausklingen zu lassen Das sieht sehr sehr gut aus Im Moment was wir hier machen Da ist der nächste Erstmal bist du ein Stein Ja du bist ein Stein Schade So Regenerieren 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 So Okay Grund genug Ein bisschen Ein bisschen anzugleichen Das hat sich echt voll ausgezahlt Die Änderung Deswegen Revidieren wir sie ein klein bisschen So Lockpick Arm Battleaxe 123 von 108 Das ist schon wieder Zu Fülle Was Ich habe doch gerade eben Eine Arm Battleaxe aufgenommen Hallo Da So Ja Ich habe hier echt die Tendenz Zu sagen So weit So gut Ja Definitiv Eilen wir uns Irgendwas fliegen lassen Nö Gut bei dem anderen habe ich jetzt nicht geguckt Da hinten Ich weiß Ich weiß Ähm Da finden wir hier die Pfeile noch mit Ich gehe nochmal kurz zurück Mal eben ganz hinten bei dem gucken Weil ich habe gesehen Wir sind bei 80 von 108 Tragkraft Das heißt Eigentlich Im Grunde Geht da noch ein bisschen was Ja Zum Beispiel das da Das da Und das da Was mich natürlich stark reizt Ist hier die Stelle Einfach nochmal ganz kurz hier rum zu schleichen Und mal zu gucken Was hier so los ist Wann kriegt man hier den Kahn rein? Okay Bad Roll Ich führe keinen Weg dran vorbei Ich brauche Licht Schwupps Hast du Licht Siehst du Kisten So Das war jetzt langsam Das war meiner Meinung nach auch langsam Das auch Irgendwie Das Gefühl Das ist immer gleich schnell So Jetzt müssen wir es bei dem Zwei Nuggets Das ist alles so weit zu gut Brauche ich aber alles nicht Da ist überhaupt nichts drin So Wie sieht es jetzt aus? 91 von 108 Auch nicht wahnsinnig viel besser Ich gucke nochmal da oben Wo ich es gerade sehe Badgered Crate Ist nichts drin Das Crane Na super Okay Also was ist hier was? Du hast theoretisch Hast du Rüstung an Ja Aber du hast die Rüstung nicht gedroppt Oh Assi Hier war halt dein Schild noch mit So Und raus geht es wieder Juhu Ich denke Jetzt ist es immer auch So langsam 92 von 108 Na ja immer noch nicht wirklich am Limit Aber Okay Warte mal Nein Den hier will ich wissen Ja Den Dich nehmen wir auch mit So Hoffentlich war das Das Einträgliche Geschäft Was ich mir eigentlich Hunger 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 Ganzes Cheese Wheel Mit Schinken Direkt das ganze Rad Don't judge me So Ja das war eigentlich das Geschäft Was ich mir unter der anderen Unter dem Fort Blue Blood vorhin Vorgestellt hätte Aber egal Hauptsache Beute Okay So Stopp Da lang Und ab Nach Hause Ich weiß Das kann man auch ganz Easy zu Fuß erledigen Aber ich habe irgendwie das Gefühl Oblifin stürzt auf den Strecken Leider relativ oft ab Deswegen Schwierige Nummer Und so bin ich direkt in der Stadt Und es ist Tag Besser kann es ja kaum laufen Ich Ähm Beherzige jetzt mal wieder Meinen eigenen Grundsatz Und gucke als erstes In der Five Claws Lodge Was wir verkaufen können Bevor ich irgendwo anders hingehe Erst bei Witsi Dutsi gucken Guten Tag Hallo Keine Aufmerksamkeit Was kann ich tun Ich würde gerne handeln So Ach nee Falsches Das sind auch übrigens meine Potions Resist disease Ah fine trend And excellent bargain Mondsucker Kann ich dir auch verkaufen So Nicht nur Droge Mondsucker Sondern Heilige Heilige Zutat Fast eine Reliquie bei den Kajit Jo So The Viding Line Hoffentlich werde ich hier zum Großverdiener Guten Tag Ich habe schon wieder was zu verkaufen Ja ich zeig dann mal her Aber erst Disposition Max Okay Ich zeig dann mal her Die Silver Boags Hier hätte ich Stahlpfeile Ja Und einen Haufen Fell Und Lederrüstungsteile Oh no 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 Die will ich behalten Ich will die hier verkaufen Oder weggeben Achso Ich muss hier gerade nachdenken Entschuldigung Ein excellent bargain Das ist ein faires Deal Das ist immer noch Das ist mehr Das ist mehr als ich Normalerweise Pay So 335 Na wer sagt es denn Im Bogen Na komm Braucht man nicht Was will ich denn Mit dem Bogen So Tell your friends about me Werde ich tun Vielen Dank Vielen Dank Tunseos Goodbye Und ich muss mal ganz kurz gucken Was wir Die wollte ich anziehen So So Gucken wir noch schnell Beim Halsabschneider vorbei Bevor ich Pause mache So Dann war das ein kurzes Intermezzo A war sehr sehr erfolgreich Zumal wir gerade Über 100 Goldstücke verdient haben Und Einen Haufen Und über 1000 Erfahrungspunkte Das muss doch erst Ja Ich würde gerne Andersrum Ich würde dir gerne Was zeigen So Die brauche ich nicht Ja Diese Sachen behalte ich mal Falls mal Alles andere Kaputt ist So Ansonsten Hab ich leider Nix für dich Die Frage ist Tauschens Juggling Balls Bei manchen Sachen Stimmen die Sprites Leider auch nicht Oder die Texturen Hast du sonst Nix was ich haben will Nö Okay Dankeschön Tschüss Goodbye So Ich würde sagen Das ist ein guter Moment Für ein komplettes Safe Game New Safe Und wir gucken Noch mal ganz kurz rein Also Stopp 356 Goldstücke Ist das schon mal Nicht schlecht Oh Ein Umhang Oh ja Oh ja Definitiv Das gibt Neues Das gibt Neues Foto Aber ohne die Nein Ich will nichts dergleichen Ich will einfach nur Hä Wieso Dann halt so Ich würde das schon gerne Irgendwie so machen Diese Haarfarbe Sollten wir vielleicht Eines Tages aufwechseln Sollte ja möglich sein So Also Wenn ich jetzt fertig bin Mit Selbstbeweihräucherung Wir haben wirklich Einiges erreicht In der kurzen Zeit Und die Ausrüstung Ist besser denn je Ja Ich bedanke mich An der Stelle Fürs Zusehen Das waren Ich glaube mindestens Mal zwei, drei Folgen Mit Triss Und hier im Stream Geht's jetzt weiter Mit Skyrim Special Edition